Wer an Ostern auf die Suche geht, findet in Sat.1 die größten Überraschungen. Ich wette, sowas habt ihr bisher noch nicht gesehen. Hört ihr das? Das ist ziemlich schräg, wirklich. Wird das jetzt ne Art Schwanning-Kett? Hier sind sie alle auf der Suche. Nach verborgenen Geheimnissen, außergewöhnlichen Leckerbissen und kostbaren Schätzen. Was jetzt passiert? Manche suchen auch göttliche Eingebungen. Oder einfach den schnellsten Weg nach Hause. Wartet doch mal! Vielleicht kriegen sie genau das, was sie sich wünschen. Unsere Highlights an Ostern. Los geht's am 21. April mit Indiana Jones 4. Am Karfreitag das große Disney-Filmfest mit Harzan, Himmel und Huhn, Mulan, Ratatouille. Am 23. April mein Freund der Wasserdrache. An Ostersonntag, Madagaskan 2. Und am Ostermontag, Sister Act 2. Ein volles Nest zum Osterfest. Am 9. Vielen Dank.